ARD Text im Auftrag von Funk So viele Ist gut Danke, danke Glaubt mir, so gut wird es nicht Also Ich muss noch gucken, meine Zeit So läuft jetzt Ich bin so ein bisschen so ein Zeit-Fetischist Ich bin so ein Zeit-Fan Ich muss immer Zeit messen, Zeit beobachten, Zeit vergleichen Ich bin so einfach ein Freak Ich bin kaputt im Kopf, so ist das Ich habe so eine große Standuhr Kennt ihr diese Standuhr, diese ganz großen Die man so alle halbe Stunde aufziehen muss, weil man sonst nichts mehr im Leben hat Kennt ihr die? So eine habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen Also meine Oma ist gestorben Und ich bekam die Uhr Sie hat jetzt nicht gesagt, schenke ich dir Sie hat gesagt Und dann Habe ich das frei interpretiert Es war ein bisschen schwer zu verstehen, weil das Kissen lag noch bei ihr auf dem Gesicht Und es war Was hast du gesagt? Das Geld auch Nein, ist natürlich Spaß Ich habe sie erschossen Ich kann das Mit dem Kissen, das ist mir zu anstrengend Wenn die wackeln Mit dem Schuss ist das Siehst du ein bisschen Dicker, ich habe sechs Schuss Ich hatte Angst, dass ich keinen Schaden mache Deswegen Habe ich noch nachgeladen Und dann Naja Aber so eine Uhr ist halt teuer Ich habe jetzt diese Uhr Ich habe eine große Couch bei mir In der Wohnung Eine riesen Couch Auf der wohne ich Und Ich bin halt faul Ich mache nicht Ich gebe mich mit wenig zufrieden Ich bin richtig faul Ich lag auf dieser Couch Vor zwei Wochen etwa Fünf Stunden Einfach nur da Nichts gemacht Gar nichts Und hörte mich selber irgendwann sagen Boah, ich kann nicht mehr Ganz normaler Mittwochvormittag Da machst du nichts Da Da machst du da Da bleibst du liegen Da drehe ich mich auf die andere Seite Die, die noch nicht weh tut Und Das ist spannend Wenn man so fünf Stunden Nur gegen die Lehne guckt Und dann auf einmal dreht man sich um Und sagt Ach krass Ich habe ja eine Küche Genau Das ist mein Leben Und dann sitze ich da Und warte auf Donnerstag Das ist alles Ich Okay, deswegen Also bei mir ist es schwierig Aber ich habe eine Freundin Genau Wir sind doch gar nicht so lange Ich erzähle euch die ganze Geschichte Wir sind seit Seit sechs Monaten Tatsächlich erst zusammen Und davor war ich ein halbes Jahr Single Das war auch eine schöne Zeit Also ich konnte den ganzen Tag Xbox spielen Ohne dass mir einer Auf den Sack gefickt habe ich da nicht Also nicht, dass ihr Aber sechs Monate Single war geil Und davor hatte ich tatsächlich Eine Beziehung mit einer Frau Zehn Jahre und zwei Monate Ja, ich habe gedacht Es war perfekt Also für mich war es perfekt Dann ist sie in Urlaub geflogen So etwa drei Tage nach Irland Und als sie da ankam Rief sie mich an Und sagt Du, ich habe hier viel Zeit zum Nachdenken Ich habe mir dazu ganz überlegt Wie soll ich das sagen Ich mache Schluss Klick Schon okay Ich bin drüber Und weg Schon okay Das ist der schönste Teil der Trennung Sie hat nur einmal Schluss gemacht Ich sage das jeden Abend Das ist ja sehr witzig Die zehn Jahre waren halt vorbei Und dann bin ich auf einmal Single Und ich wusste nicht, wie das ist Für mich war das komplett Neuland Und ich habe dann so Ja gut Gehe ich jetzt in irgendwelche Bars Willst du tanzen Sollen wir nach Hause Oder Und dann sagt ein Kumpel direkt Nee, nee Die Zeiten sind vorbei Hier, lad dir Dings runter Tinder, Louvoo Wie die ganzen Apps rein Mega einfach Ich habe das direkt gemacht Gerade Tinder Super einfach am Anfang So, ich bekam aber keine Beratung Ich habe es einfach selbst Mir beigebracht Und ich habe das schon verstanden Mit dem Wischen links Gefällt mir Rechts nicht so schön Das war so das Einzige Was ich begript Gut, ich habe mich oft verwischt Keine Frage Also Ich habe oft weggeschickt Und dann so Oh fuck Die war voll hübsch Ich Idiot Und dann so Oh nein Die wollte ich doch gar nicht Oh ein Match Fuck Und dann Sorry, ich bin schwul Also Das passiert Aber das habe ich so grob begriffen Also so ganz grob Habe ich es verstanden Aber so die Detailleinstellung Die habe ich nicht begriffen Ich habe die App einfach nur Aufgemacht und gewischt Mehr nicht Man kann darunter noch Das Alter eingrenzen Das habe ich nie gesehen Ich habe alles gesehen Ich habe gesehen Von 18 bis Lebt noch Da war einfach Mittendrin meine Mutter Und ich riesen Familienkrieg Es war Nicht verstehen Ich habe sehr viele Profile gesehen So jetzt bin ich 33 Ich mache die App morgens auf Und sehe eine Frau Wunderschön Also wirklich wunderschön Ich habe mich fast direkt verliebt Und dann scrolle ich so ein bisschen weiter runter Und sehe dann so 20 Jahre alt Oh jetzt bin ich 33 Das geht nicht Also nicht wegen dem Altersunterschied Da können wir vielleicht noch diskutieren Aber mir als 33-Jähriger Mit meiner Menschlichkeit Hat eine 20-jährige Frau Zu viel positive Energie Damit Damit komme ich nicht klar Ist schön für sie Aber sie weiß halt noch nicht Dass sie irgendwann stirbt So Sie macht Pläne Ich warte Das ist Der große Unterschied Ne ich habe wirklich Ich habe dann runterscrollt Dann kommt da sie 20 Jahre Das Bild allein war schon perfekt Meins war so irgendwie Beim Zähneputzen im Badezimmer So verwackelt Mein Duschvorhang Und bei ihr war das Als wäre da ein Fotoshooting-Team anwesend Bisschen Es sah so perfekt aus Dann habe ich noch gesehen Was sie noch erreichen will In ihrem Leben Viel zu viel Das sind drei Seiten gewesen Ich möchte auf jeden Fall Noch ein Jahr lang Mir eine Auszeit nehmen Nach Neuseeland Australien Ein bisschen backpacken Dann nach Südamerika Irgendwie den Jakobs Weg auf die Osterinsel Bergbesteigende Flagge Das ist mir zu viel Ich will einfach nur eine Frau Die die Hoffnung aufgegeben hat Ja Ich will eine Die sagt Wir fahren nirgendwo mehr hin Diese Couch Hat 1000 Euro gekostet Setz dich hin und guck Fernsehen verdammt Was du hast Hunger Dann bestell was Ich bin nicht deine Mutter So eine Perfekt so Jetzt sind wir zusammen Ich habe mir ehrlich gesagt Aber überlegt Bevor wir zu Also als ich Single war Hab ich mir ehrlich gesagt Überlegt Will ich überhaupt eine neue Beziehung Ich habe zehn Jahre Und knapp zwei Monate In einer Beziehung gelebt Ich habe mir alles Hart erarbeitet Jeden Schritt Ich konnte machen Was ich wollte Will ich das jetzt Alles nochmal von vorne Weil ich meine So ganz simple Fragen Sowas wie Ab wann ist es in der Beziehung Okay voreinander zu ripsen Das ist so Du gehst ja nicht zum ersten Denken So ja hier bin ich Ach ja genau Thomas Kannst du nicht machen Das musst du irgendwann dir erarbeiten Dann so Sachen wie Wenn man zusammenzieht Am Anfang ein bisschen Noch so Tür abschließen So wann ist es okay Einfach beim Pinkeln Die Tür offen zu lassen So So völlig egal So sitzt dann wieder So moin Jo machst Kaffee Ja ja mach Ja läuft gerade noch Das Dann der nächste Schritt Wann machst du das beim Kacken Was ist Wann sitzt du da einfach und sagst Ne ne geh ruhig duschen Alles okay Irgendwann ist es so Irgendwann erwischt man sich selber Und ich hab's geschafft Wir sind Oder auch ganz simple Sachen Wirklich ganz einfache Sachen So wenn man zusammen wohnt Und einfach sagt So weißt du was Schatz Schatz ich hab jetzt Lust Mir einen runter zu Ich weiß dass deine Familie da ist Bitte Es ist mir egal Es ist mir Hör mir zu Schrei mich bitte Schrei mich bitte Hör mir einfach zu Dann geht raus aus der Küche Wenn es euch nicht interessiert Ne mein Problem Das ist geil Ich weiß nicht Und das Schlimmste für mich Und das Wichtigste zugleich In der Beziehung Für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt Und auch viel wichtiger Wann man zusammengekommen ist Ab wann ist es okay Voneinander zu furzen Ist für mich ein ganz wichtiger Ist das Wichtigste überhaupt Du kannst ja nicht Irgendwie rumlaufen Dein Leben lang Und irgendwie nie Also Wie lange seid ihr zusammen? 29 Jahre Läuft super Ich muss ins Auto Müsste mal drauf achten Tendenziell Die meisten Menschen mit Hund Haben noch nicht voneinander gefurzt Deswegen ist der Hund da Die gehen raus Aber wie machst du das? Ich mein gerade am Anfang Wenn man Wenn man noch nicht So lange Also wenn man noch nicht so Weißt du Man ist noch Man wohnt nicht zusammen Und man kommt so Man trifft sich ab und zu Und dann gehst du so rein Durch die Tür bei ihr zu Hause Und dann so Okay ich bleib hier über Nacht Das sind 16 Stunden Das wird heftig Und dann sitzt du da Und das ist richtig schwierig Ich find's traurig Wenn man so im Bett Nichts sagt So ja ich müsste nochmal pinkeln Und dann gehst du Und sie Das ist das zehnte Mal In der Stunde Was machst du? Ja viel getrunken Einfach viel getrunken Ich find das ist das peinigste überhaupt Wenn du irgendwie da bist Und du läufst dann nur auf Toilette Um zu pinkeln Also ich Ich fühl mich dabei schlecht Das ist nicht gut für die Umwelt Und auch nicht so Also ich mein Ich geh da rein Okay man muss dazu sagen Ich bin auch nicht jemand Der das einfach so macht Ich bin paranoid Also ich brauch Es gibt so Leute Die sagen dann Ja ich muss pinkeln Gehen in die Tür Machen die Tür auf Und dann so Tür zu Tür auf und gehen Und nehmen den so noch mit Das ist nicht Das ist auf keinen Fall glaubwürdig Das geht nicht Ich brauch ein realistisches Szenario Ich bin richtig paranoid Ich geh in diese Toilette rein Ich schließ natürlich ab Ich setz mich hin Ich zieh mir die Hosen runter Und die Unterhose Und sitz da Wie gesagt Ich muss nur furzen Ich muss nichts Trotzdem sitz ich da Weil ich hab Schiss Dass wenn sie zufällig an der Tür vorbeikommt Und durch den Schlitz guckt Keine Füße sieht Ich brauch das Perfekt Und dann sitz ich da Und ich hab vor allen Dingen Immer wie gesagt Ich bin ja Zeitnerzt Ich hab immer meine Uhr Und ich drück dir immer So einen Timer auf 6 Minuten Das ist für mich so realistisch Das ist ein ganz normales Realistisch entspannt ins Pinkeln Du gehst hin Hose runter Hinsetzen Ganz wichtig Du wäschst dir danach die Hände Handtuch Alles wieder sauber machen 6 Minuten ist realistisch 5 Minuten ist pinkeln Ohne Hände waschen Und 7 Minuten ist ein ganz schneller Schiss Also 6 ist perfekt Und dann sitzt du da Auf dieser Toilette Und dann Ich bin natürlich Ich bin da nicht Also ich muss ja auch irgendwie Und dann seh ich den Waschbecken Und dann mach ich das Wasser an Aber nicht komplett Also nicht so Das macht keinen Sinn Ich will's realistisch halten Das heißt ich mach's so Dass er direkt in den Abfluss läuft Und dann ist das Das ist so realistisch Aber dann merk ich auch so So einen geraden Strahl Hat auch nie jemand Also nehm ich die Hand Und unterbrech das zwischendurch Wenn ich rausgehe Glaub ich selber Dass ich gepinkelt hab So Realistisch ist das Irgendwann hab ich sogar mal Mein Furz aufgenommen Und hab den auf Toilette gelegt Abgespielt bin raus Tür zu Um zu gucken Ob man's hören kann So Naja auf jeden Fall sitz ich da Wasser läuft Ich mit der Hand Hose runter Alles perfekt Noch vier Minuten Und dann sitz ich da Und denke mir Okay das ist nicht die beste Ausgangsposition Weil ich sitz auf dem Verstärker Ich will's ja Eigentlich will ich's ja leise haben Aber das Ding Egal was da rauskommt Das ist Boom Und dann sitz ich da Und dann überlegst du Ich weiß nicht Ob ich das erfunden hab Aber ich Also ich kam irgendwann auf die Idee Ich zieh einfach meine Arschbacken auseinander Ich meine dann sitzt du Es ist ne komische So Wie so ein Gewichtheber Kurz bevor er dann Aber Vor allem dann lässt du auch noch nicht direkt los Also du sitzt da nicht und sagst So jetzt Vollgas Sondern du machst es so Kontrolliert Also ich spür den Furz hier Und dann ist so Okay Drück ein bisschen Und dann stopp 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 Und dann näherst du dich langsam Den Ausgang Und dann ist so Wie so ein kleiner Jungen Oder so eine Kindergruppe Weißt du so Immer zu zweit Kommt hier durch Nicht alle Bleibt ihr da hinten So Und dann kommt so ein bisschen Kommt raus So Und dann weißt du Du bist auf einem guten Weg Und du freust dich Und du strengst dich an Und dann so noch ein bisschen Und dann irgendwann bist du dir sicher Und dann so Das kann nur gut gehen Keiner hat was gehört Und ich sitze da Und ich bin so stolz Ich fühle mich wie ein Ninja Richtig gut Ich liebe das Das kann natürlich auch schief gehen Gar keine Frage Das ist mir schon mal Ist mir passiert Ist schief gegangen Ganz klar Irgendwann nach dem 7.8. Mal Du bist so von dieser Technik überzeugt Irgendwann bist du leichtsinnig Du machst es nicht mehr richtig Irgendwann nur noch mit einer Hand Und Und deswegen machst du das Dann sitzt du da Und dann Ja ich bin sicher Und ich bleib dann stehen Ich bewege mich keinen Millimeter Ich habe im Kopf das Gefühl Wenn ich mich nicht bewege Dann bewegt sich die Zeit auch nicht Ich überlege Hat sie das gehört Kann man das gehört haben Das kringelt die Nachbarn Kommt jemand Nein okay Ich habe einen kleinen Balkon Und ich saß auf dem Balkon Und habe mir eine geraucht Und es war spätabends Irgendwie zwölf Aber es war warm Und ich hatte nicht gehört Dass noch jemand irgendwie Über den Balkons ist Oder unten drunter Oder sonst was Und ich sitze da und dachte Jetzt kommt ein leiser Furz Und der war halt Super laut Und ich hörte dann nur Wie genau der Nachbar Über mir anfing zu kichern Und ich habe den noch nie gesehen Ich kenne den nicht Trotzdem ist es mir unangenehm Und was habe ich in dem Moment gedacht Ich will das gerade rücken Und ich habe tatsächlich Einfach plötzlich Mit dem Stuhl und dem Tisch gerückt Dass er denkt Ah ja Wahnsinn Naja es geht schief Und dann sitzt ich Also wie gesagt Es ist einmal schief gegangen Ich so okay Die Technik ist nicht mehr perfekt Ich brauche eine neue Technik Und dann fing ich an zu überlegen Und dann sitze ich da Und sehe das Klopapier Und dachte mir Hm Vielleicht nehme ich einfach So ein paar Klopapier Dinge Und halte das unter den Ausgang Und mein Gedanke war so Ich fang den ab Bevor der Scheiße bauen kann Nehme ich den einfach Ich nehme den den Wind aus den Segeln So der will raus So ein bisschen wie wenn du so einen Sohn hast Und du weißt Das ist ein super Rabauke Und der hat Schulschluss Und die Schule ist so drei Kilometer Bis zu deinem Zuhause Und du weißt Auf dem Weg kann eine Menge Scheiße passieren Ich hole den besser ab So War mein Gedanke Und das funktioniert Hundertprozentig Nur für die die jetzt Was geil ist Wenn der demnächst furzt Werdet ihr an mich denken Das ist Auch eine gute Möglichkeit Um das Furzen so ein bisschen Dem Partner beizubringen Ist Sachen auf nachts verschieben Also du kannst eine Menge Auf nachts verschieben Auch irgendwelche Wünsche An die Beziehung Also du gehst ja nicht vielleicht hin Und sagst irgendwie was krasses So dann ist mega creepy Du legst dich hin Tust du als ob du penst Und dann sagst du einfach so Jetzt Lust auf den Dreier Sie kann ja nicht böse sein Sie denkt ja gut der schläft Ich meine was weiß ich Und du sitzt da Und das geht auch mit Furzen Ich leg mich dann hin Und sag ich muss pennen Und dann drehe ich mich um Auf die Seite Und dann Und dann ist sie Oh krass Na gut der kann nichts dafür Der schläft Und ich lieg halt hellwach Der war Absicht Und am nächsten Tag Für mich ist es nicht mehr so Also der Zyklus ist in mir Früher war das für mich So als hätte ich so ein Maschinengewehr Und 90 Magazine direkt neben mir So Und heute habe ich so eine alte Rostige Schlotfinde Mit einem Schuss Und ich weiß nicht wo die Munition ist So Keine Ahnung Auf dem Dachboden Irgendwie Naja Also ein bisschen Sex haben wir auch Also es ist nicht so Dass wir Ab und zu Passiert das schon mal So alle zwei Monate mal Muss das auch Muss ja auch raus Ne Aber es ist geil Wir gucken tatsächlich Primär lieber Filme Weil da ist von vornherein klar Dass beide Spaß haben Das ist auf jeden Fall besser Es gibt nichts Schlimmes für mich Als irgendwie Sex zu haben Wenn einer weint Und sagt Bitte nicht mehr Das ist einfach ein komisches Gefühl Für mich vor meiner Freundin zu weinen Das ist einfach das Ich fühle mich dabei schlecht Es gibt nichts Schlimmeres Als als Mann so Mit Socken Ich habe immer Socken an Das ist mega ekelhaft Und dann läufst du mit so einem Halbsteifen mit Tränen in den Augen Durch die Wohnung Und irgendwo ist immer ein scheiß Spiegel Und du siehst dich Oh Gott Ne wir gucken lieber Filme Das ist krass Wir hatten tatsächlich Vor ein paar Wochen Erst wieder einen geilen Film geguckt So Wo beide happy waren Und die beiden Hauptdarsteller Ganz klassisch Mann und Frau Hatten irgendwann Sex Und wir gucken da beide zu Und ich dachte mir schon so Digga übertreibs nicht Also der hatte Stellung drauf Die kenne ich nicht Einfach so Und der war so heftig Ich sage Digga übertreibs nicht Meine Freundin guckt zu Das kann ich nie nachmachen Und sie sitzt da Hm Hm Okay Okay Das geht auch Okay Und irgendwann sind die fertig Sie liegt so auf Irgendwann sind die fertig Und sie dreht sich von ihm runter Beide liegen da Kamera von oben Und dann sind sie Beide sind zufrieden Grinsen Es dauert zehn Sekunden Dreht sie sich auf Und die machen es nochmal Meine Freundin sitzt da so Hä Ist das derselbe Typ Oder das ist doch Das würde ja bedeuten Zweimal hintereinander Das geht doch nicht Oder Ich sage Nein Schatz Das ist ein Film Auch das erste Mal war Quatsch Kurz danach Die sind beim zweiten Mal fertig Die sind beim zweiten Mal fertig Ich bin raus Wie gesagt Ich bin da schon Und der hat auch Ewigkeiten Gebraucht Bestimmt dreieinhalb Minuten Ich wusste nicht Woher er die Energie nimmt Keine Ahnung Und sie sind beim zweiten Mal fertig Sie dreht sich wieder von ihm runter Aber bleibt dort nicht liegen Sondern dreht sich direkt ein Stückchen weiter Ohne Pause Sitz dann auf der Bettkante Zieht sich so den Schlüpper hoch Die Jeans an Steht auf und geht Sofort Also ich weiß nicht Aber mir fehlen schon noch Die zehn Sekunden Wie du siehst Zum Bad läuft so Ah Ah fuck Oh Gott Oh Ist das Handtuch Frisch Thomas Ist das Ja Ist ein schönes Ist ein schönes Bild Ist wirklich ein schönes Bild Ich liebe das Bild Achso Geht übrigens auch nur Für die Die jetzt gar nicht wissen Worum es geht Erstens Es kommt noch Ihr werdet es erleben Und es geht auch nur Wenn die Frau beim Sex Tatsächlich unten liegt Nur dann geht das Bild Nur dann Funktioniert das Weil Also wenn sie oben liegt Dann geht das nicht Dann Dann ist das eher so Oh Entschuldigung Entschuldigung Der Klappentrick hat nicht funktioniert Ich war nicht schnell genug Ja Das ist geil Ich finde das Ich finde das Ist ein Witz Ich frage mich Die ganze Zeit Dieses Laufen Also dieser Das sieht immer so Muss das so Kann man das nicht cool lösen So War ich so Morgen Muss das wirklich so Ich meine Wenn ich da manchmal liege Und ich sehe das Das sieht immer so aus Wie so ein Goblin Der Sperma klaut Irgendwie Das ist immer so Timing ist immer perfekt Klingt interessant Könnte man vielleicht mal Könnte man vielleicht mal Sondern eher so Hoffentlich kenne ich keinen Der das hat So Und da war so ein Typ Der hieß Jürgen44 Wo ich mich mal frage Wo holen die die Leute her Also wie casten die das Ist das so Wir brauchen einen Mit einem völlig kaputten Fetisch Und der so Ich bin richtig krank So und jetzt haben sie den interviewt Zu Hause natürlich Und der tut Sein Fetisch war tatsächlich Der bestellt sich eine Domina Für zu Hause Und ganz wichtig Die reden kein Wort miteinander Und sie Ich frage mich auch Wie faul kann man sein Also wirklich Wie faul kann man sein Eine Domina Ich meine du bist 44 Zieh dir eine Hose an Steig ins Auto Und fahr irgendwo hin Nach Hause bestellt sie Pizza Aber doch keine Na egal So Sie kommt dahin Die reden kein Wort Er nimmt die mit Und setzt sie eine Ecke Auf so einen Hocker Und dann bleibt die da sitzen Und macht gar nichts Und der Typ baut vor den Augen Dieser Domina Eine Spielzeugeisenbahn auf Genau Von Märklin So eine Modellbahn So mit einem Bahnhof Zwei Bergen Einen See Ein paar Häuser Menschen Das dauert alles seine Zeit Und wenn er alles fertig ist Sie guckt die ganze Zeit zu Macht gar nichts Bester Job aller Zeiten Also wirklich Und wenn er mit allem fertig ist Und alles da fertig ist Dann kniet er sich hin Nimmt sich so eine Trillerpfeife So eine Schaffner Mütze Und so eine Kelle Und spielt dann mit dieser Eisenbahn Und sie guckt zu Und er macht ganz normal so Tschut Tschut Vorsicht bei der Einfahrt Dann müssen noch Leute Über die Gleise Und irgendwann unangekündigt Steht diese Domina auf Geht hinter ihn Er sieht sie nicht Und tritt als erstes Den Bahnhof durch die Gegend Der ist sofort kaputt Dann macht die die Berge platt Alle Häuser Tritt die Menschen kaputt Tritt die Autos weg Und ganz zum Schluss Nimmt ihren Schuh Mit dem Absatz Und hackt auf der Lok rum Bis die kaputt ist Und ihm geht dann richtig einer ab Kein Scheiß Ich hab mich bepisst vor Lachen Ich konnte nicht mehr Vier, fünf Minuten Ich konnte nicht mehr lachen Bis sie mir schlagartig auffiel Dass mein Bruder Sich jedes Jahr zu Weihnachten Leute Vielen Dank Dankeschön Dankeschön Vielen Dank